Ja, ja, greift Max mal an, das ist mir egal. Naja, oder auch nicht. Der ist ja doch ganz schön happig hier gewesen. Der Schlag, so. Und Level 12, gut. Ja, Zylo kann auch schon wieder zurückgehen. Nö, lass dich nochmal da. Ja, komm, jetzt machen wir das Teil kaputt und fertig. Okay, so. So, dann ist Zylo auch wieder fit. Dann würde ich sagen, da können wir uns jetzt gleich mal hier den Typen da unten noch vornehmen, den Torwächter, und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Ah ne, Babo, er hätte ja gar keinen mehr. Doof, doof. Da, 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 da. Ja, ja. So, jetzt aber. Ja, ich würde sagen, damit haben wir das Tee auch geplättet. Joa, 43 Punkte, das ist nicht übel. Nicht von schlechten Eltern. Ja, und Level Up noch besser. Und wir haben das Kapitel abgeschlossen. So, jetzt mal gucken. Was haben wir hier? Okay, das ist Runenfaust. Und hier ist übrigens etwas sehr Schönes versteckt. Ja, nicht schlecht. So, was haben wir hier, Feines? Der Club Faust, ja. Interessant, also die Leute an sich sind gar nicht böse, sondern nur Dark Soul. So, okay. So, dann würde ich sagen, dass wir gleich mal den armen Domingo wiederholen. Mal wieder. Ja, und ich würde sagen, wir speichern mal ab. Und ich würde ebenfalls sagen, dass das Video an dieser Stelle endet. Mein Gott, ich habe es heute wieder mit dem Sprechen. Und dass wir uns dann nächstes Mal weitersehen und Runenfaust erkunden. Bis dann.